Hallo Menschen und Majinisten, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück zu Undertale für den PC im Genocide Run. Das letzte Male haben wir Muffet erfolgreich ausgeschaltet und nun sind wir endlich im MTT Resort Hotel. Ach, hier geht's der Box! Yay! Ballettschuhe rein, Burnpan rein, Cloudy Glasses rein. Äh, Cinnabon-Bahn rein. Und schauen wir uns was mal um. No answer. It's locked from the inside. No answer. No answer. Learning how to draw, come to the art lessons on the second floor, located in a similar place. Ach, schön. 34 left. Stimmt, Muffet haben wir ja ausgeschaltet. Ah, niemand da. Ach, das waren noch Zeiten, als Sans und ich hier gespeist haben im Neutral Run. Amtity. Äh, warum do I always get the freaks? Talk. Nothing else to do. Evacuation. Evacuation. Evacuation? But that's the thing. Sometimes he doesn't even call me into work until halfway into my shift. If I don't play it safe, he's going to yell at me. Okay, maybe yell is the wrong term. It's more like he has this city album he plays. That's entirely full of songs about how bad I am at my job. Alone. Huh? Everyone else is dead? Mm-hmm. Does that mean I don't have to work today? God. Dead it were true, little weirdo. Dead it were true. Freedon. Sorry, little weirdo. Traits won't work on me. I can't go to hell. I'm all of my vacation days. Ja, das ist bitter. Sell. Ah, yes, I really want to buy your weird dusty artifacts. Not. Okay, bye. Äh, Starfade. Ne, ich brauch Hero Send. Ah. Don't ask, please. Kaufen. Legendary Hero. Das werd ich auf alle Fälle noch brauchen. Exit alone again. Use for Box. Ja. Rein damit, rein damit, rein damit. Cinnamon Bun ran. Legendary Hero rein. Die werd ich noch echt brauchen. Cinnamon Bun. Und auf. In den Chor. Echt Arsch langsam. Tja, und jetzt heißt's dort, die restlichen Monster aufspüren und vernichten. Oh, komm schon. 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 Gab's hier nicht, Mann? Ja, endlich! Wimsalot und FinalFrogit. Wow! Verdammt, ist das schnell. Robbit, Robbit. Au. Na, wenigstens... Au! Kann ich mich dann heilen? FinalFrogit knows exactly, why it's here. You won. Die nächsten, bitte. Mercenaries emerge from the shadows. Night, Night, ist, glaube ich, der gefährlichste. Close your eyes, tinkle, tinkle, hoi! Ha, ha, ha! Oh, ist gar nicht einfach... Oh, ist gar nicht einfach... Abracadabra! Oh! Oh! Magic! Das ist ein Mysterious-Chick. Alles klar. Please! And thank you! Smells like magic! What a nightmare! Astigmatism ist, glaube ich, der gefälligste. Erstmal ihn ausschalten. Oh, komm! Nya! 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 Crank, crack! Shine, shine! Ah! Wie soll ich dem ausweichen? Auf jeden Fall könnte ich gleich was essen. Erstmal Wimsalat. Oof. Woah! What the... Pale! Hohoho! You are intimidated by Final Frockets, strange. Truly. Junge, Junge, Junge. Schalter gedrückt. Und weiter geht's. Wobei, Item. Habe ich eigentlich mal die Instant-Noodles gezeigt? You eat the Instant-Noodles. You recovered 15,5... Ach, komm! Das hätte ich vielleicht in einem Kampf einsetzen müssen. Äh, ein... Mützen, genau. Einsetzen müssen. Der ist... Oh, sehr schön. Na klar. Take it. Äh, denn... Da wird nämlich alles noch vorbereitet. Oder zubereitet, besser gesagt. Ah! Auf jeden Fall geben die ganz schön, äh... Execution Points. 26 left. Alles klar. Ach, da bin ich jetzt. So, da mal weiter. Aber das echte Hammer ist Alpha-Eyes nicht hier. Dann kriege ich hier auch nicht solche Spagatzen, genau. Solche Faxen an den Kopf geworfen. Und dann kriege ich hier auch nicht solche Spagatzen. Ich glaube, ich werde sogar offscreen die ganzen Sachen zusammenfarmen. Also, meine Kills. Du hast einen Glamburger in den Trashcan. Willst du es nehmen? Du hast einen Glamburger. Du hast einen Glamburger. Wie viel hat der nochmal? Info. 27 HP. Made of edible glitter and sequins. Okay. Ich glaube, bis da die ganzen Leute hier zusammengetrommelt kommen. Wie ich alle umholzen darf, kann, muss die 26. Das wird dauern. Äh, 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 äh. Ja, also. Von mir aus können es immer zwei sein. Drop it, drop it. I've made my choice. Oh. Keine tolle Wahl. Nein. Oh. Keine Erinnerungen. Äh. Nja. Nja. Ach, egal. Da kann ich die Cinnamon Bun wenigstens ein bisschen auf... Oh. Laugh and Grease 14. Und mal sehen, ob ich es schaffe, bis Level 19 zu kommen. Wenn weiterhin hier so Double Time ist, könnte es vielleicht was werden. Hm. Äh. Boah. Volltreffer. Also, wenn jedes Monster mir 240 gibt, dann bin ich schnell bei meine 1800, äh, Execution Points. Dass mein Level of Violence noch steigt. Hm. 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 Boah, das... Ey, das ist... Ey, die Musik... Die ist so arschlanksam. Ich glaube, die schnelle Version wird da echt besser. Aber ich muss ehrlich gestehen, die Hotland Team im Genocide Run... Die ist gar nicht mal so schlicht. Oh, das ist so arschlanksam. 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 Oh. Ich glaube, ich muss im Core bleiben und dort, äh, die restlichen Monster ausschalten. Ganz einfach aus dem Grund, äh, weil ich da die meisten XP zusammen bekomme. 22 left. 22 bleiben als so übrig. Oh, das ist so arschlanksam. Ui, oi, oi. Ich kann nicht fight, ich kann nicht denken. Aber mit Patience, ich werde meinen Weg durchführen. Aha. Er ist gefährlicher. Final-Frocket. Jawohl, ja. 250 XP sogar. Ich glaube, das lag daran, dass ein Ding da war. Antique, äh, ne. Ach, keine Ahnung, wie das Augenfiast. Oh, Nike, Nike, das ist ja noch besser. Ich glaube, der gibt sogar am meisten. Aber erst mal Magic ausschalten. Ha, 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 ha. Yo, critical. Farewell. Ah, yo, yo, aha. Goodbye. Oh, 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 oh. Jesus. Was, Nike, Nike's armor emits attraction? Okay. Critical wäre besser. Oh, oh, oh. Ah. Oh, ich komme da mit 0 zurecht. 330 XP. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum Ballettschuhe besser geeignet sind. Hm, schade. Don't pick on me. Ja. Einmal runter. Ausweichen. Ich glaube, hier auf der Brücke erscheinen eher schneller die ganzen Gegner. What a nightmare. Ach, Astigmatism. Okay. Oh. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das jetzt ohne Schaden überstehe. Dann will ich echt mal wissen, woher ich auf einmal die Skills habe. Okay. Nicht schlecht. Cinnamon Bun. Noch ein Cinnamon Bun. Und Hedgeby was maxed out. Sehr schön. Jetzt muss ich allerdings kurz mal nachschauen, und wie viele bleiben jetzt noch übrig? 15? 13 sogar. Oh, sehr schön. Heißt, wenn ich jetzt nur noch auf eine Dreiergruppe stoße... Ah, das könnte ein bisschen knapp werden mit Level 19. weiter bräuchte ich mindestens Night Nights nur noch, um ein ordentliches Level abzubekommen. Na gut, ein Bossfight steht noch bevor. Und dann kommt der wirklich allerschlimmste Bosskampf überhaupt. Oh. Level 15. Boah, scheiße. Ich glaube, ich werde bei dem schlimmsten Bosskampf gerade mal Level 17 oder 18 sein. Ich glaube, das wird mein Untergang. Ich glaube, ich werde mit dem Vidak annahmen. Und dann kann ich mich auf einmal ein Rollstuhl geben. von 20. Ah, Mensch. Ja gut, dann würde ich aber sagen, ich werde im Offscreen so ein bisschen weiter farmen. Im Offscreen ein bisschen weiter farmen. More Execution Points sammeln. Und mein Level of Violence in die Höhe treiben. Und sobald die Nachricht kommt, But Nobody Came, werden wir uns wiedersehen. Und würde sagen, war es das von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, Undertale, die Aufnahmesession für den PC, der Jelloside Run. Hat euch soweit bisher gefallen. Falls ihr da von mir kommt, hinkommt, wir werden. Würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt Undertale. Ja. Das war es von meiner Seite. Mach du mal Kaffee heute, Abernacht. Tschö, Medi. O, O, du, Vielen Dank.